Klar, es ist belastend. Du denkst schon drüber nach, wird das alles wieder und Sorgen macht man sich. Aber Sorgen machen sich so viele Menschen da draußen. Ich bin ja auch irgendwie dann doch ein öffentliches Leben und öffentliche Person. Ich will, dass die Menschen, die zu meinen Konzerten kommen, lachen auf dem Gesicht haben. Und wenn ich ein Interview gebe, dann will ich dasselbe irgendwie erreichen. Da will ich nie lamentieren. Aber die führen doch auch mit dir mit. Ja, aber ich finde, man soll mitfühlen, wenn es was Schönes gibt. Da gehört Gesundheit, wenn es mal nicht gut läuft. Da kämpfe ich mich durch. Das ist aber nicht die Verantwortung von irgendjemand anders, da Mitgefühl mit mir zu haben. Da habe ich meine Familie, meine Freunde, die helfen mir dadurch.